Hallo Leute, ich bin LegandKiller und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich hoffe mal bei Anfang war noch drauf meine Begrüßung, ich habe nicht zu früh angefangen denn ich weiß nicht, ob die Aufnahme da schon lief, egal also unter dem heutigen Video, wie ihr sicherlich den Titel genommen habt, werde ich mal wieder ein paar Skins vorstellen diesmal von MC Hennigans ja und dann wieder irgendein YouTube-Link, YouTube-Link sag ich schon, irgendein Link zu irgendeiner Website und ja, er hat unter meinem letzten Video sein Dingens gepostet, sein Workshop-Link da ich einfach mal seine Skins vorstellen sollte, ich habe ja mal gefragt, ob ich mal eure Skins vorstellen sollte und MC Hennigans ist halt ein Abonnent von mir und ich habe auch schon ab und zu mal bei seinen Streams vorbeigeschaut was aber nicht heißen wird, dass ich ihn in diesem Video verschonen werde wenn die Skins mir nicht gefallen, bin ich auch so ehrlich und sag einfach, sie gefallen mir nicht versuche meine Verbesserungsvorschläge zu machen und mir fällt direkt auf, er hat einfach irgendeinen Skin genommen und ihn hier schon fünfmal auf die gleiche Waffe geklatscht äh, schäm dich so, ich hoffe mal, das war jetzt nicht so laut, weil ich zu nah ans Mikrofon gegangen bin und wir fangen einfach mit dem ersten Skin an äh, mit dem ersten Skin an die Glock Splash und ich frage mich gerade, ob dieses Statwag und diesen Name Tag oder Namensschild ähm, auf den anderen Skins überhaupt immer drauf gewesen ist ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen und ähm ich weiß nicht, wenn ich mir die Waffe so angucke würde ich eher nein sagen aber die Grundidee gefällt mir ziemlich gut nur ich finde hier irgendwie too much man hätte hier irgendwie so ich weiß nicht diese ganze Fläche hier ist ja alles eine Farbe das hätte man wegschneiden können und das Ganze, diesen Splash-Effekt fast von Anfang an von dem Lauf hier machen können und dann in Rot so dass das halt Blutspritzer werden ich weiß auch nicht, ob man das sich so bildlich vorstellen kann man nimmt hier ab diesem Statwag ungefähr das alles weg so dass dieses Splash-Effekt vorne anfängt und dann macht man das in so einem Dunkelkirschrot so dass das aussehen würde, als ob das Blut wäre das über die Waffe spritzt würde glaube ich ziemlich geil aussehen wenn man das realistisch hinkriegt also wenn du dieses Video siehst was ich hoffe, da du ja ein Abonnent von mir bist und ich ein Video über dich mache ähm, ich weiß gar nicht, ich meine er hätte auch mal YouTube-Videos gemacht ob er dann noch YouTube-Videos macht ähm, wenn ja, kannst ja mal deinen, äh, Link in die Kommentare schreiben ähm, wie gesagt so an sich die Waffe Grundidee ja, aber die würde ich jetzt nicht in Game spielen oder nicht in Game sehen wollen kannst ja mal, wenn du das hinbekommst, versuchen ähm, so wie ich es gesagt habe also das hier bis zum Statwag, diese ganze Fläche weg und dafür dieses Splash-Effekt direkt von vorne und dann in Rot, dass es so ein bisschen aussieht, als ob es Blut wäre kommen wir nun zur nächsten Waffe eine AWP Seed Set, wie auch immer ich nenne es einfach Bett ähm, nein, werde ich nicht nennen und gucken wir mal so okay sieht relativ nice aus okay, wenn, nur mal zur Info so für die Leute, weil ihr euch fragt, warum die Bilder bei mir zum Teil so langsam laden oder laden sollten ich bin nebenbei noch ein YouTube-Video am Hochladen deswegen, ähm, kann es sein, dass dieses Laden von den Bildern etwas länger dauert und, ähm, naja, kommen wir zurück zum Video es gefällt mir ich muss sagen, die Waffe gefällt mir Farbkombinationen gefällt mir ziemlich gut es wird dem Hendrik das ist ein Kollege von mir, der ist Schalke-Fan wahrscheinlich auch gut gefallen dass einfach so die Schalke-Farben sind und, ähm, ja den Skin würde ich gerne in-game sehen beziehungsweise der gefällt mir ich würde dem Daumen hoch gehen aber ich bin gerade nicht eingeloggt ähm, ich werde es gleich mal mit meinem Account werde ich dir einen Daumen hoch gehen kannst du dich mal schon mal freuen ich habe deine Skins vorgestellt und du hast schon mal einen Daumen hoch für deine AWP Seed Set ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll von den ganzen Skins es ist jetzt fünfmal der gleiche ich nehme jetzt einfach mal die AK da, aus dem Grund AK ist ach du Scheiße AK ist meine Lieblingswaffe und, ähm Alter, was ist das? okay, ganz ehrlich abgrundtief hässlich ey, sorry, aber ganz ehrlich ich finde die Waffe mega hässlich ne also, nein du würdest ja jetzt einen Daumen runter von mir kriegen hast du Glück, dass ich nicht eingeloggt bin ähm dann gehen wir mal zur nächsten Seite ob er noch mehr die gleichen Skins hat nein, hat er nicht okay gehen wir weiter zur AUG ähm Jungle Warfare ähm gucken wir uns die mal an na das ist einfach nur so ein Skin wo so ein Militär ich sag mal Militärlook dazu ich weiß gar nicht, ob es Tarnlook genau, Tarnlook ähm naja, okay weniger Tarnlook aber ihr wisst, was ich meine ähm gefällt mir jetzt auch nicht so unbedingt ähm nichts, was ich sehen muss oh Moment, wie heißt der Skin äh, geht zurück Sword of Rusty äh wieder so ein ich hab sowieso das Gefühl er hat irgendwie ein paar ähm Skins hier Nitro die es schon gibt einfach auf andere Waffen gepackt gehen wir einfach mal weiter zu USP Witch Swat ähm okay ich denke mal das soll Gold sein sonst deswegen Witch für reich oder mein Englisch ist so schlecht und Witch heißt noch irgendwas anderes äh was es wahrscheinlich heißt aber ich bin ein Fan von schlichten Waffen vom schlichten äh was heißt schlichten Waffen schlichten Design und es hat was und jetzt kommt so ein typischer Spruch von mir der könnt ihr mich immer zitieren für ein Blue Skin würde ich es nehmen ich hoffe mal ich hab grad nicht übersteuert ich muss mal gucken ich geh mal wieder so näher ans Mikrofon aus irgendwelchen Gründen aber hier die Nitro die hat was die würde ich gerne in Game sehen beziehungsweise die würde ich gerne im Spiel sehen meinetwegen auch Lila oder Pink sogar die hat wirklich was okay er hat nur ein Foto gemacht ja 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 ob der es wirklich machen will gucken wann hat der das hochgeladen 1. Mai 2014 pictures will be added soon 1. Mai 2014 morgen ist der 1. Mai 2016 zwei Jahre schäm dich wenn du das Video siehst gehen wir weiter zur AWP Radiation Hazard schon wieder ein Skin den es auch gibt einfach nur auf eine andere Waffe geklatscht ähm ja gut bin ich jetzt kein Fan von finde ich jetzt nicht so pornös ähm das Zeichen so dieses Radiation Zeichen das hat was aber hier so das Design finde ich jetzt nicht so prickelnd würde ich jetzt nicht unbedingt also würde mich jetzt nicht stören wenn es in Game wäre würde ich jetzt aber auch nicht sagen muss unbedingt ins Spiel rein ähm also gehen wir einfach mal weiter zur P2000 Inferno und da würde mich mal eure Meinung interessieren wenn ihr bis oha ich bin jetzt am Mikrofon gekommen wenn ihr bis hierhin geschaut habt würdet ihr gerne mal in die Kommentare oder könntet ihr mal bitte in die Kommentare schreiben ob ihr USPS spielt oder P2000 denn ich spiele momentan auch USPS bin aber irgendwie nicht so überzeugt von der Waffe beziehungsweise die Muni und ich weiß nicht allein diese Schussrate und so gefällt mir nicht so ich bin am überlegen auf die P2000 zu wechseln würde mir gerne mal gucken was ihr so für Waffen spielt ähm also wäre nett wenn ihr mir auch mal helfen könntet und das in die Kommentare schreibt ich werde wahrscheinlich erst mal auf die P2000 switchen um zu gucken wie sie mir gefällt ähm im Gegensatz ich hoffe mal sie gefällt mir im Gegensatz zu dem Skin hier denn der Skin gefällt mir nicht also gehen wir weiter Nightwool überspringe ich jetzt mal das ist einfach das gleiche als wir hier oben ähm alles Nightwools Nightwools obwohl die sieht so ein bisschen schwarz die dunkler aus die gucken wir uns nochmal an die MP7 ok ne also ich weiß nicht so nein 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 aber die Deagle ja irgendwie kommen zur letzten Seite die letzten 4 Skins wieder eine Nightwool deswegen überspringen wir eine P90 Nightwool würde ich glaube ich auch nehmen ähm Poison Eve ich glaube da brauche ich gar nicht draufdrücken würde ich auch schon mal nein sagen USP Deadly gehen wir mal drauf gucken wir uns mal an ähm erstmal die Seitenperspektive und hm schwierig ich würde nein sagen aber von der Grundidee gefällt mir das dieses schwarz rot nur dieses Muster ist ja wieder dieser Tarnmuster das gefällt mir nicht wenn man das irgendwie das rot vielleicht ein bisschen dunkler machen würde und das Muster weg oder ein anderes Muster drauf und hier auch ein anderes Muster drauf dann würde das glaube ich ziemlich nice aussehen wobei ich mich gerade frage ob das hier aussieht wie so ein Gesicht hier hast du ein Auge da ein Auge da die Nase da ist der Mund so als Smiley ähm naja egal ähm wie gesagt also so an sich nein also so wie sie gerade ist aber mit einem anderen Design wahrscheinlich schon kannst dich ja nochmal dran setzen wenn du überhaupt noch Skins machst und dann kommen wir einfach mal zum letzten Skin M4A4 Deadly alter dieses Grün das fickt meine Augen so wir gucken mal so sieht man das seitlich drück drauf los hier wiederum finde ich das gar nicht so schlecht dieses Design ich weiß auch nicht auf der Pistole hat es mir jetzt nicht so gefallen aber hier auf der M4A4 gefällt es mir doch und Standardspruch wieder für ein Blue Skin ist es okay und ich glaube das war es auch das war es auch ich hoffe mal das Video hat euch gefallen wenn ja schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video Ciao